Wie sende ich meine OMI-Token auf die Immutable-X-Bridge? Wie bekomme ich das von Layer 1 auf Layer 2? All diese Fragen um die OMI-Bridge werden wir heute in diesem Video klären und hoffentlich hast du auf jeden Fall danach keine Fragen mehr. Falls du noch Fragen haben solltest, schreib sie unbedingt unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt auf jeden Fall rein in das erste Thema und zwar nämlich den Transfer. Wenn du jetzt vorst, deine OMI-Token sozusagen auf den Layer 2 zu schieben, dann musst du als allererstes natürlich erstmal in deine Exchange starten, bei mir jetzt an dieser Stelle BitForex. Und hier sendest du sozusagen an die Wallet-Adresse von der Metamask, wo du natürlich ganz wichtig auf jeden Fall Ethereum stehen haben musst. Das kopierst du dir sozusagen hier oben einfach einmal, fügst das Ganze ein, schickst das an diese Adresse und ihr seht jetzt gerade, ich mache das definitiv nicht, weil es sind hier nämlich gerade 28.000 OMI, die man an Fee bezahlen sollte. Und ich glaube, das sind so etwa 15 bis 20 Euro. Also entschuldige bitte an dieser Stelle, dass ich das nicht mache, aber es funktioniert so auf jeden Fall. Wenn wir unsere Token dann hier auf der Metamask haben und ich habe tatsächlich hier schon welche drauf, nämlich insgesamt 15.000 OMI, die ich schon vor einer langen Zeit auf jeden Fall liegen gelassen habe, dann ist das auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir hier natürlich erstmal auf die Bridge-Seite zurückgehen. Und wenn wir jetzt hier sozusagen neue Token überhaupt auf die Bridge-Seite erstmal holen wollen, dann müssen wir natürlich das Ganze aufladen. Dafür gehen wir auf Deposit More OMI und hier können wir dann sozusagen sehen, wir haben 15.000 OMI momentan verfügbar und wir wollen jetzt zum Beispiel hier sagen wir mal 15.000 raufholen, die wir dann zum Beispiel in die Vivi-App schieben wollen. Dafür geben wir natürlich den Betrag einmal ein, den wir dann rüber schicken wollen auf der Layer 2 beziehungsweise auf die Bridge, klicken auf Next, confirm das Ganze und dann kommt tatsächlich auch das zweite Mal, neben den Fees, die du sozusagen brauchst, um das Ganze überhaupt auf die Metamask erstmal zu schicken. Hier das zweite Mal, aber auch tatsächlich das letzte Mal, jedenfalls wenn du einen kompletten Transfer nach Vivi machen möchtest. Ja, hier fällt zum Beispiel momentan eine Gebühr von 11,46 Dollar an, um den Transfer zu machen. Das werde ich natürlich an dieser Stelle auch nicht machen, weil es mir einfach viel zu teuer ist und es definitiv nicht wert ist. Aber da müsst ihr sozusagen natürlich dann Ethereum besitzen, um das Ganze zu bezahlen. Aber das sind tatsächlich die einzigen zwei Kostenpunkte, die ihr habt, wenn ihr sozusagen auf die App beziehungsweise auf den Layer 2 zahlen wollt. Das Ganze ist natürlich aber auch umgekehrt. Das heißt, wenn du von dem Layer 2 auf den Layer 1 überweist, aber das gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal genauer durch. Das auf jeden Fall dazu und wenn ihr das Ganze natürlich ausgeführt habt, dann wird natürlich das Ganze auch überwiesen und dann habt ihr das hier auf eurem Deposit. Von dort aus könnt ihr es natürlich dann wieder hier weiter transferieren oder zum Beispiel auch auf dem Immutable X Marktplatz nutzen. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, ja wie bekomme ich denn jetzt meine OMI-Token, wenn ich hier die OMI-Token über die MetaMask aufgeladen habe und hier auf der Bridge habe, überhaupt in die Vivi-App. Dafür müsst ihr natürlich erstmal hier überhaupt ins Web-Wallet gehen und hier nämlich unter omi.vivi.me euch anmelden mit euren normalen Vivi-Daten. Dann geht ihr auf Send and Receive bei OMI, kopiert euch hier die Adresse und geht dann natürlich selbstverständlich wieder zurück. Gebt hier die Adresse ein und dann natürlich noch unser Amount auf OMI, in dem Fall zum Beispiel jetzt 500 OMI und ihr seht jetzt hier, ich bende das Ganze auch nochmal ein. Das Ganze funktioniert auch und ist auch völlig kostenfrei. Das heißt, ihr bezahlt sozusagen auf dem Layer 2 keine Fees, aber sobald ihr sozusagen auf den Layer 1 geht, da kommen dann leider Fees auf euch zu und dann landen unsere Omis nach ein bis zwei Stunden maximal auf jeden Fall dann hier auf dem Wallet und ist dann auf jeden Fall für euch einsehbar und ihr habt dann eure Omis zum Beispiel irgendwann für Staking und so weiter und so fort. Wenn du das ganze Video bringst bis zu genau dieser Stelle hier gerade geholfen hat, schon, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like, denn das unterstützt auf jeden Fall meine Arbeit hier extrem und teilt das ganze Video auf jeden Fall noch mehr Leute, die vielleicht auch Interesse haben an diesem Video und auf jeden Fall ihr Wissen ausweiten wollen. Jetzt würde ich aber sagen, geht es auf jeden Fall weiter mit dem zweiten Teil des ganzen Videos. Wenn du jetzt aber zum Beispiel deine OMI Tokens hier aus der Vivi App holen möchtest und zum Beispiel dann auf ein Hardware Wallet schieben möchtest und so weiter und so fort, dann müssen wir auf jeden Fall hier etwas machen und zwar wir müssen natürlich hier auf Send and Receive gehen und hier dann die Adresse aus der Meta-Mask eintragen, die ihr hier oben seht. Und ja, wir haben diese Adresse tatsächlich auch eben benutzt, um sozusagen eine Transaktion von dem Layer 1 dann über die Bridge zu machen. Das Ganze funktioniert aber trotzdem, das heißt, wir kopieren uns das Ganze, fügen das Ganze hier ein und geben natürlich unser Amount ein, was wir hier dann bezahlen wollen, beziehungsweise was wir dann hier darüber schieben wollen. Das heißt, wir geben dann hier auf jeden Fall die Adresse ein und dann klicken wir natürlich auf Send OMI. Ich mache das Ganze an dieser Stelle jetzt nicht, aber ihr werdet hier auf jeden Fall mal ganz kurz das Ganze eingeblendet sehen. Ich habe das nämlich schon mal gemacht. Das heißt, hier auf jeden Fall die Bestätigung an euch, dass das Ganze auch wirklich funktioniert. Und wenn wir dann sozusagen zurück sind hier auf unserer Bridge, dann sehen wir hier zum Beispiel unsere OMI-Token sind jetzt angekommen und hier müssen wir dann zum Beispiel auch nochmal das Ganze Y-Drawen, beziehungsweise auf dieser ganzen Bridge müssen wir das Ganze nochmal umwandeln. Und dafür geben wir dann zum Beispiel unsere maximalen 500 OMI ein. Wir können das zum Beispiel jetzt hier einmal preparen für den Y-Draw. Ich mache das Ganze jetzt nicht, einfach um jetzt hier einfach Zeit zu sparen. Und dann, wenn wir jetzt zum Beispiel hier dann einfach unsere 100 OMI zum Beispiel, die jetzt beispielsweise hier gehydraut sind, dann verschicken wollen, dann müssen wir hier natürlich auf Y-Draw gehen und dann wird das Ganze relativ fix gemacht. Das Ganze braucht natürlich dann hier auch wieder eine Confirmation und wir müssen natürlich wieder Fees bezahlen, um das Ganze auf MetaMask zu schieben, um es dann von dort aus natürlich wieder weiter zu verschieben an die Exchange. Also hier auch wieder zwei Mechanismen, wo ihr bezahlen müsst. In etwa habe ich mal ausgerechnet, beziehungsweise bin ich immer so oft in etwa 20 Euro Fee gekommen, die ihr so in etwa bezahlen müsst, wenn ihr entweder, wenn ihr von Layer 1 auf Layer 2 eure Omis verschieben wollt und halt auch zurück. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Menge und es gibt leider auch zum momentanen Zeitpunkt keine andere Lösung dafür. Es wird aber in Zukunft so sein, dass ihr auf jeden Fall die Möglichkeit habt, auch in der App hier bei Vibi direkt zu kaufen. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Menge erleichtern und es wird natürlich auch für euch deutlich weniger Fees kosten. Das heißt, wer auf jeden Fall hier noch warten kann, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber es ist natürlich auch nicht eine Sache, die morgen passieren wird. Das wird wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, aber nur auf jeden Fall, dass du darüber Bescheid weißt und jetzt hoffentlich auch wirklich weißt, wie du deine Omis aus der App bekommst, vom Layer 1 auf den Layer 2 und wieder zurück. Und wenn das ganze Video für dich insgesamt hilfreich war, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall da draußen bei dir fürs Zusehen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.